Endlich ist es soweit, wir spielen die PC-Version von GTA Online. Boah, lange haben wir drauf gewartet, ne? Oh ja, oh ja. Und guck mal, jeder hat hier seinen eigenen Charakter. Hier haben wir den Tommy und hier haben wir den Domi und die anderen. Sind alle verstorben. Ja, wo sind die anderen? Nein, wie wir wissen, also ich weiß es nicht, ich hab schon länger nichts mehr von denen gehört auch, muss ich sagen. Guck mal, da, warte, guck mal, ich glaub, warte, ich glaub, ich glaub, ich hab was gehört. Was siehst du denn? Da. Boah, da kommt ein Heli. Da, da, guck mal, da oben. Da oben. Ist das noch? Hallo. Wer fliegt denn da oben? Oh nein, ach, ich hab ganz vergessen, wir fliegen ja nach L.A. Ach ja. Innen. Oh Gott, der Erik ist rausgefallen. Aber noch. Oh Gott, und der Heli ist explodiert. Und explodiert, so krass explodiert. Boah, es hat alles so gut funktioniert. Und das Beste auch noch, das Beste auch noch hinter Adios Airlines, hinter Adios Airlines, einfach explodieren. Ach stimmt, Adios Airlines, stimmt, das ist echt der Kracher schlechthin. Wunderbar funktioniert. Mega gut. Okay. Ja. Die anderen sind leider nicht da. Genau, also wie gesagt, die sind ja teils noch in Amerika und teils jetzt auch verhindert, weil wir relativ spät noch aufnehmen, deshalb überbrücken wir jetzt erst nochmal mit so zwei, drei Folgen und dann wird's auch wieder mit der alten bekannten Crew wieder losgehen, sozusagen. Ja, und ich musste lachen, als ich in Tommys GTA-Folge, da hat er die Charakteristellung aufgenommen, geguckt habe und gesehen habe, dass er auch eine Facecam hat. Ja, auf jeden Fall. Das war nicht abgesprochen. Und der Domi ist auch am Start mit einer Facecam. Ganz genau. Total persönlich hier. Ja. Wo sieht's aus? Oh, gosh. So, der Domi hüpft da vorne mit seiner grünen Strampelhose da. Ich weiß auch nicht. Aber hab ich gerade noch gelobt, ich finde das Outfit echt super. Und der Iridge ist gestorben. Domi, komm her, Domi. Ich bin gestorben, schon wieder. Iridge ist gestorben, Counter plus eins. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, der Domi ist erkältet, witzig auf jeden Fall. Boah, da verpasst er mir einfach eine. Was hat er dir getan? Hey, hey, ich renne hier weg. Oh, Hilfe. Ich muss hier weg. Okay. Ich muss dazu sagen, ich spiele das erste Mal GTA hier. Also allgemein, nicht nur mit den Leuten hier, sondern allgemein. Boah, er hat mich getötet. Er hat mich erschlagen. Du darfst nicht mehr reden, wenn du tot bist. Wir spielen hier TTT. Nicht mal GTA 4 gespielt oder GTA 3 oder sonst irgendwas. Aber da hat es auch ganz gut geklappt gerade. Ja, das stimmt. Überraschenderweise, muss man sagen. Ich hole uns mal ein Heli. Okay, das ist gut. Wir können uns ja einmal... Wir können einmal was machen, ne? Aber ich merke gerade, das können wir gar nicht machen. Denn dazu bräuchten wir... Oh Gott, ich habe es lange nicht gespielt. Dazu bräuchten wir ein... Oh, ich habe die Cops am Arsch. Ja, das ist ja nichts Neues, Tommy. Ja, das... Hier, ich hole euch ab. Einsteigen. Toll, das war ja voll weit. Ja, einsteigen. Boom. Also ich würde gerne... Wie heißt das nochmal? Titan? War das der Titan? Ja. Mit dem Haken? Ja. So, Tommy, ich hole dich ab. Bleib da. Mit dem Titan, ne? Oder mit dem... Ne, Cargo Bob meinst du? Oder? Cargo Bob. Ne, warte mal. Titan ist das mit der Klappe gewesen. Titan ist das Riesenflugzeug. Okay, das Riesenflugzeug mit der Klappe. Wenn wir da irgendwie drei Motorräder reinbringen und die aufs höchste Gebäude und von da aus mit den Motorrädern nach unten düsen, da hätte ich irgendwie... Da hatte ich letztes Lust drauf, als ich hier so ein paar Sachen probiert habe. Hört sich vielleicht im ersten Moment gar nicht mal so spannend an, aber da kannst du halt ganz coole Stunts machen. Ich habe Videos gesehen und habe gedacht, okay, das werden wir sowieso nicht schaffen. Aber ich habe die Videos gesehen, sie existieren, also kann man nicht schaffen. Hast du... Kannst du denn den Cargo Bob rufen? Ich glaube, denn keiner von uns kann das, weil wir haben ja alle drei noch neue Charakter erstellt und sind deshalb levelmäßig noch ziemlich low und billomäßig unterwegs hier quasi. Es ist tatsächlich so, dass ich hier gerade highlevel bin. Also wer hätte das gedacht? Billomäßig unterwegs. Was für ein Level hast du eigentlich, Pan? Boah, nach 147 Folgen habe ich... 30. Ich sehe es gerade. Level 30. Ja, Level 30 erreicht. Wow. Okay, ja, da wirks Level. Ich kann nicht einmal klatschen, ey. Oh, oh, Mikro umfassung, umschmissen. Ich kann auch einmal klatschen. Ist es das Höchst? Randal bei Dumm. Oder wie hoch kann man denn kommen im Level? Ne, man kann, glaube ich, bis 300, also oder da geht noch viel mehr. Also ich glaube, es gibt keine Übergrenzung, ja. Ja, da kann man richtig abgehen. Ja, cool, Level 1 ist doch dann richtig cool. Ja, Level 1 bringt die richtig, richtig viel. Ja, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich hinfliegen soll. Meinst du, kannst du zum Santa Monica Pier, das ist genau hinter dir gerade? Ja, klar. Ja, da drücke ich doch glatt R für die Kino an sich. Ja, das Coole ist ja auch eigentlich, soweit ich weiß, wollten Sie sich, also die, die gerade in L.A. sind, glaube ich, auch das Bier anschauen heute. Erleben wir es auch einfach mal, obwohl wir nicht da sind. Aber da muss ich sagen, bin ich aber neidisch, weil immer wenn wir da waren, waren wir ungefähr fünf Minuten da zum Filmen, haben nichts wirklich gemacht und sind wieder gegangen. Einmal an einem Tag, wo ich mich so gefreut hatte, eine zweite Chance, glaube ich, zu haben, das zu sehen. Ich weiß noch ganz genau, was wir da hatten. Ich sag mal, da vorne, da wo es runter geht, standen wir und sind wieder zurückgegangen. Ja, ich weiß. Ich hätte heulen können, echt. Wir hätten aber auch echt mal mit dem Riesenrad, einmal mit dem Riesenrad fahren sollen. Eigentlich war es echt ne Schande, das stimmt. Ach Tommi, vielleicht irgendwann nochmal. Also ihr könnt es auf jeden Fall ja jetzt bald nachholen. Aber bitte tu das für mich und film das. Ich werde es machen. Wir drehen dann ein extra Vlog für dich. So mit Ego-Perspektive aber. Ja, mit der GoPro so auch. Ja, Ego-Perspektive, das wäre sau cool. So. Was machen wir denn? Ich kann leider wirklich keinen Cargobob rufen. Kannst du das, Pan? Oder kannst du keinen rufen? Nö, nö. Ich denke nicht, dass das gar nicht. Mein Spiel ist abgestürzt. Kannst du ja mal gucken mit dem Handy. Ich weiß nicht, wen du sonst anrufen. Der Heli ist auch abgestürzt. Das war ja, weil ich gerade... Oh nein, ich bin ausgestiegen. Oh nein. Okay, wir verlieren gerade alle. Oh mein Gott, wir gehen alle drauf. Ich kann sterben. Nein, ich kann Mary Water, aber ich kann Abholung per Boot. Gibt's denn irgendwo sonst noch Cargobobs? Wo stehen die denn sonst? Wir können aufs Meer und ich mache Abholung per Boot. Und dann schießen wir die Typen raus und fahren ein bisschen rum. Hier ist direkt ein Meer. Guck mal. Okay, ja, ich lande im Meer. Welch ein Zufall. Jetzt will ich auch im Wellness sein. Oh, sind wir zufällig im Wellness Beach? Weiß ich nicht. Doch, wir sind jetzt hier vor dem Pier im Wasser. Wuuuuh, hau rein. Okay, ich springe. Ciao. Wuuuuh. So. Boah. Oh, scheiße. Also ich rufe jetzt mit meinem Handy aus dem Wasser. Ein Segelboot? Ja, ich weiß nicht, was für ein Boot es ist. Ich schwimme mal zu dir rüber. Die anderen Spielen, habe ich gefragt, der Image spielt irgendwie mit Tastatur und Pad. Und die anderen beiden spielen, glaube ich, nur mit Pad. Und ich spiele mit Tastatur und Maus, was ich noch nicht wirklich empfehlen kann. Ich kann es auch nicht empfehlen. Also ich habe gerade die erste Nacht, habe ich nur mit Tastatur und Maus gespielt. Und ich muss sagen, gerade das Autofahren ist mit der Tastatur echt richtig mies. Also ich bin wirklich so, also ich crashe sonst auch oft, aber ich bin an dem Abend wirklich extrem oft gecrasht. Und das lag dann, als ich mein Pad hatte, als ich mir das geholt habe, am nächsten Tag ging das viel besser. Oh, pass auf. Ja, aber ich finde, man kann nicht meckern über die Steuerung. Nee, kann man auch nicht. Kann man auch nicht, aber. Ich finde, es ist einfach nur halt Gewöhnungssache. Ja, ja, auf jeden Fall. Also beim Schießen hat es auf jeden Fall schon Vorteile, teilweise. Ja, eben, deswegen benutze ich halt beides auch. Wie eiskalt du den hier erschossen hast von vorne auch noch. Unser Boot, juhu. So, raus mit dir. Also wie gesagt. Okay, könnt ihr mich hier am Strand abholen vielleicht? Auf keinen Fall. Warte, der Tommy fährt einfach. Nee, nee, ich warte auf dich. Taktendreißig ist der Mann. Ich warte auf dich. Du bist unterm Boot. Ja, ich komme. Hä? Schwimmte zu euch. Wo bist du denn? Ich sehe euch. Die schwimmt nicht. Die schwimmt nicht. Oh Gott, du musst auftauchen, Pan. Du wirst sterben. Ja, ich bin gerade auch schon gestorben. Weil ich nicht auftauchen konnte. Scheiße. Ja, bei mir auch. Egal was gedrückt habe. Auch Leertaste oder Steuerung. Oh Gott, Pan. Komm schnell hoch. Ja, du bist oben. Okay, warte. Ich fahr zu dir hin. Boah, ich musste mir auch das Pad anfangen. Hier. Das geht ja mal voll nicht. So. Ich hab mir auch schon ein Pad bestellt, aber es ist noch irgendwie nicht angekommen. Wo bist du nur am Strand? Ach, hier schwimmt so rum. Ja, Domi, nimm doch das von der Place 4. Ja, ich weiß, ich komme gerade zu dir. Bleib mal stehen. Das Boot kann nicht so gut drängen. Ich hab das auch genommen. Das kann man sogar mit Bluetooth an den Rechner anschließend. Das ist ganz cool eigentlich. Wo bist du, Ari? Bist du gestorben? Nee, ich meine, Spiel ist doch abgestürzt. Ach so, ach so. Das sind dann die typischen anfangs-PC-Probleme, ne? Magdommys Outfit total. Wow! Was, die grüne Hose, ja. Bin ich plötzlich im Einzelspieler gelandet? What? Ja, du musst jetzt wahrscheinlich uns wieder... Wow, Pan! Nein! Alter, wie ging das denn? Was war das denn? Mega geil. Ich wollte nur die Ansicht ändern. Entschuldigung. Einen Kusselkopf wollte ich noch machen. Willst du wieder zum Scheiße-Wall fahren? Oh nein, es ist doch rausgefallen, wirklich. Kein Problem. Geht ohne mich weiter. Nein, nein, nein. Hier ist gerade aber auch schon wieder die Kacke-Front. Ohne Scheiße. Die Kacke-Front, ja. Hey, ich hab Bock, U-Board zu fahren. Wollen wir zum U-Board fahren? Oder soll man das erst mit den anderen machen? Kann es sein, dass euer Server voll ist? Nee. Nein. Warte, ich lade dich nochmal ein. Du brauchst wahrscheinlich wieder eine Einladung, ja. Warte. Also von mir aus können wir auch zum U-Board. Wir können ja noch... Boah, der E-Ridge, ne? Entschuldigung, aber der sieht so scheiße aus. Wie habt ihr hier sehen? Ey, das ist... Das komische, pittlige Gesicht. Das ist mazerige Gesicht. Ja, das hab ich doch extra... Das ist ein Junkie halt einfach. Das ist voll der Junkie. Der will eins Junkie. Der Domi ist hier vor der Designer. Hipster, ey. Ja, eben. Ich mach doch nicht so einen Hipster oder so. Das ist doch viel cooler so. Und der Domi hat einfach sich selbst gemacht. Ja, wobei das auch mehr oder... Ja, der Hut ist ganz cool, find ich auch. Wo seid ihr denn? Wir sind am Strand. Achso, ich muss jetzt erstmal euch nachjoinen, ne? Du hast mich schon... Ich hab dir ne Einladung geschickt. Ich muss mir den Domi auch mal ein bisschen näher angucken. Komm, wir gehen mal kurz in die Ego und schauen uns... Komm, mach mal eine Moodshow jetzt. Und dann schau ich mir mal den Domi an. Ja, komm, wir können ja Ego-Perspektive... Und da bin ich nicht dabei. Mein Hello Kitty-Pulli ist doch auch cool. Ja, das ist... Eine grüne Korthose haben wir hier. Mit einem sehr stylischen Hemd. Ja, Domi, genau. Zeig mal deinen Knackarsch, Baby. Du wackelst grad ganz komisch in den Kopf so... Bam! Mir hat das nicht gefallen, was ich gesehen hab. Nimm das. Zack. Er hat kein Foto für dich. Boah. Nein! Was ist so passiert? Hä? Hä? Wie kannst du mir das antun? Ich muss hier weg. Ja, U-Boot, da gibt's ja eine Stelle... Auf der rechten Seite der Map ist das irgendwo. Aber ich hab's jetzt... Letztens bei der Aufnahme hab ich's nicht gefunden. Spontan. Boah, sieht das geil aus hier gerade. Ja, doch. Wir könnten nochmal zurück zum Heli und mit dem Heli die Küste abfliegen. Dann finden wir es, glaube ich, schneller als mit dem Boot. Okay. Würde ich sagen. Ja, wo ist denn hier der Heli? Ich weiß... Achso, wir sind... Du könntest, glaube ich, auch einen rufen. Okay, mach ich. Das würde, glaube ich, gehen. Der Domi fährt eh gerade mit dem Boot da hinten rum. Komisch. Und es beleidigt, weil wir seine Modenschau nicht so geil fanden. Ich hab mir Bock, mich zu mir... Nein, seine Modenschau frei. Ja, der hat hier gerade eine eigene Show durchgezogen. Headwalk. Oh. So, Leute, wartet auf mich. Ich bin gleich da. Ey, ich wurde... Ihr fahrt jetzt nicht mit dem Boot so weit raus. Nein, ich fahre im Kreis. Ich bin auf die schwarze Liste gesitzt. Ich kann die nicht mehr anrufen. Nein. Oh, nein. Okay, dann müssen wir zurück zum Flughafen. Dann müssen wir erst mal auf die Straße. Wo ist denn der Heli? Wir haben den irgendwo auf dem Haus gelandet, ne? Hallo. Hier, ich hol euch ab. Wo? Cool. Dann fahr mal zurück zum Flughafen. Bei den Assis steige ich nicht ein. Bogen. Ciao, Domi. Fahr mal zum Flughafen zurück. Vielleicht noch ein bisschen Meth mit ihrer Fahrt. Und eine Dose Cola. Bist du das Mess-Taxi? Der muss mich da hinten rumkurven. Der hat gar keinen Bock. Stimmt, ey. Soll ich vorne zum Flughafen fahren, oder was? Bist du nicht im Boot? Ja, da. Ja, ist egal. Wir können dich auch mit dem Heli abholen, dann. Wo soll ich denn hinfahren jetzt? Ja, wir können doch nicht hier lassen. Zum Flughafen? Ja, zum Flughafen. Okay. Einmal zum Flughafen. Genau, also wieder über die Rampe. Das wird interessant. Bitte? Ach, das wirst du fahren. Willst du einsteigen noch, Domi? Ich warte auch auf dich. Gern. Okay, jetzt hat er verkackt. Jetzt hast du echt zu lange gebraucht zum Antworten einfach auch. Nein, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, sehr gut, sehr gut. Wunde ich gleich mit dem Heli. Obwohl ich, ähm, die, was denn? Was denn? Ich habe nur das Boot aufs Trockene gesetzt. Das Boot ist tot. Oh Gott. Das Boot ist tot. Das Boot ist tot. Das Boot ist tot. Ah, stopp, stopp, stopp. Hier ist die Heli. Hier ist die Heli. Stopp. Wo, 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 wo? Oh. Oh, wo denn? Da. Da, ich habe ihn gesehen. Da, hier. Da, seht ihr ja ganz viele. Da, hier. Wenn wir aussteigen. Oh. Cool. Aua, aua. Okay. Voll hingefallen. Domi, wir kommen dich holen. Ah, Domi. Was wollten wir denn nochmal machen eigentlich? Zum U-Boot wollten wir. Ja, genau. Genau, das war eigentlich der ursprüngliche Plan. So, komm her, Domi. Warum ist denn der Tommy der Einzige, der so eine Fliegermaske bekommt? Und wir müssen hier so ohne diese Sauerstoffmasken einfach. Weil er einfach, er hat einen mit dem Style. Ja, ich glaube, ich habe mir den echt gekauft. Er hat den Style. Doch, ich lande das halt wie ein Flugzeug mehr, anstatt nicht so wie ein Heli. Oh, da vorne hat jemand Feuer gemacht. So, danke fürs Abo. Lagerfeuer, ja. So, ich markiere mal ganz kurz die Küste noch. Ob hier irgendjemand am Spusen ist an der Küste. Ich glaube, irgendwo hierhin müssen wir. Ah, da ist das gut. Im Ego-Perspektiv ist es gerade nicht angenehm. Tommy, könntest du mal bitte ein bisschen darauf achten, dass du eh glatt. Okay, ich versuche es. Wir haben auch, also der Vorrat an Tüten ist auf jeden Fall auch bald erledigt dann. Da sehen wir sie. Wechseln wir mal die Perspektive. Da sitzen sie da vorne. So, einmal kurz über die komplette Stadt. Ja. Kannst du dich umdrehen? Also, kannst du zu mir gucken? Geht nicht? Doch. Achso, aber... Ich trau mich nicht in die Ego zu schalten. Ich mach's auch mal. Ja, mach mal. Alter. Bin's so viel geiler in der Ego. Aber den Heli zu fliegen ist ja mal... Ja, ist doch geil. Autofahren ist aber voll schwer. Autofahren finde ich sogar erstaunlich gut, wenn man die Abstände einschätzen kann, links und rechts. Ja, ist halt wie Autofahren dann. Dann geht das eigentlich. Ich frage mich ja, ob die irgendwann, ob GTA irgendwann Oculus Rift Support hat. Das wäre eigentlich cool. Ja, bestimmt, bestimmt, ja. Boah, das wäre schon krass. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja. Ja, Mods kommen bestimmt irgendwann noch. Ja, ist trotzdem bestimmt geil. Und ich hab voll Lust, Panzer zu fahren heute. Aber ich glaub nicht, dass wir das schaffen, weil wir hatten ja immer die anderen, die uns das gebracht haben. Wir können es ja mal selber versuchen. Unsere Lieferanten sind alle weg, ey. So ne Scheiße. Ja. Und ich weiß auch, wieso der Jet nicht da war, weil 616 bestimmt nicht da war. Ja, ohne den fliegen wir ja auch nicht. Können aber schon mal sagen, dass 616 auf jeden Fall dabei sein wird, aber eine traurige Nachricht haben wir auch schon verkündet. Ja. Leider wirklich so. Es ist hart, aber es ist wahr. Ja, das Zitat war... Ich hab... Ja, mein Ultrabook, ne? Das wolltest du auch sagen. Ja, okay. Sach, sach. Mein Ultrabook ist doch nicht so ultra. Viel Spaß euch auf dem PC. Und es war eine schöne Zeit und sowas alles. Hat Rishi geschrieben. Da hab ich in der Gruppe geschrieben, ey, das klingt voll endgültig. Das klingt voll drama. Und dann hat Rishi aber dann irgendwann geschrieben, dass es nur eine klärliche Pause ist. Also ich hoffe trotzdem, dass irgendwann Rishi dann doch wieder dabei ist, weil, weiß ich nicht, ich hab das doch schon sehr getroffen. Aber ich weiß nicht, warum auch Rishi nie was gesagt hat. Wir machen eine Kickstarter-Kampagne für Rishis neuen GTA-Rechner. Ja! Ja, ich wär auch dafür, auf jeden Fall. Irgendwie sowas. War das noch weiter oben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich hab ja... Ich flieg mal noch weiter. Ich steig ja bald, ähm... Der Schnitt-PC, den muss ich ja bald ausmustern, aber der ist halt so kaputt, darauf kannst du auch nicht wirklich spielen. Also er wird... In seinen früheren... In seinen besten Zeiten hätte er es gepackt, sicherlich. Aber sonst hätte ich gesagt, hey, Rishi hier, nimm mal auf jeden Fall. Aber der PC ist leider schon fast tot. War das hier? Ne, ne? Ne? Jetzt wird einem schlecht. Ist das eher wegen der Motherball oder wegen der Grafikkarte? Boah, wegen vielen Sachen. Ich hab dafür auch einen neuen Kühler geholt und so empfängst du ja... Manchmal hab ich so Experten bei mir in den Kommentaren. Nicht Experten, das hört sich voll böse an. Leute, die... Also quasi so Leute, die mir dann... Ich glaub, hier war es. Die mir dann sagen, hast du den PC auch an- und ausgeschaltet. Also ich kenn mich mit Hardware und sowas, kenn ich mich sehr gut aus. Und das ist halt das Alter. Also es ist das Alter. Da musst du nicht nur eine Komponente haben. So, der Domi holt sich schon mal eins. Dann kommt gleich das nächste. Uh, krass, dass du das noch wusstest. Danke, Domi. Ja, ich wusste, dass das hier an der Küste irgendwo war. Ich wusste nur nicht genau, in welcher von den Buchten. Guck auch nochmal an der Karte. Also falls ihr euch ein U-Boot holen wollt, es ist genau hier. Ja, da, wo diese Inseln davor sind. Diese ganz vielen kleinen. Oh, Wasser. Domi, bist du mit dem Boot schon weggefahren? Ja. Okay, dann kommt gleich bestimmt das Neue. Auf H könnt ihr die Scheinwerferhäler machen oder auf Fernsicht schalten. Ich hab eine Idee. Hast du ein bisschen was vom Jesse Pinkman? Ja, nur in total, in seiner niedrigsten Phase quasi. Auf seinem Lowpoint einfach nur. Oh Gott. Ey, Domi, was machst du denn da hinten, ey? Wie kann man denn mit einem U-Boot auf einen Stein drauf fahren? Ey, ohne Scheiß. Davon mach ich auch ein Selfie. Auf jeden Fall. Wie konnte das passieren? Ich will mal ein Selfie mit uns allen machen. Moment. Okay, warte mit Domi im Hintergrund. Wie macht man denn ein Selfie? Mit dem Handy dann auf die Kamera gehen und dann Selbstporträt. Dafür das mittlere raus mit dem Ausrad drücken. Domi, du bist der Knaller. Oh, ich stehe falsch rum. Ich muss mich hier so rumstellen. Wie war das denn immer auf... Achso, mittlere Mausrad. Mittleres Mausrad, ja. Ups. Weißt du, das ist... Ja, bei mir funktioniert es nicht. Warte, Domi, bitte bleib so, ja. Scheiße, ich muss ein bisschen näher, sonst hab ich die anderen nicht drauf. Oh, jetzt hab ich auch keinen mehr drauf. Oh ja, Entschuldigung, scheiße, warte ich mal. Warte, ich mach einfach ein Vorder von euch beiden und dem U-Boot im Hintergrund. Warte, ich sehe in unseren Galeriken... Ja, dann... Man kann das dann ja nicht... Filter, das hab ich gesehen. Warte, ich mach nochmal eins so. Domi, bleib mal da, das ist voll geil. Ich muss jetzt mal ein Filter raussuchen. Ja, ich bleib einfach stehen. Oh Gott, ja, okay. Also, das ist ja geil. Ist das dumm. Wo kann man denn den Filter auswählen? Das ist einfach so bescheuert. Filter, es fallen nach unten. Wie ihr da echt alle steht. Warum siehst du so aus? Aua! Das ist voll der schreckliche Charakter. Was da am Strand abgeht. Ja, hier soll... Das sieht voll... Ich warte mal, ich muss mir das aus dem Ego-Perspektiv nochmal angucken. Ich sehe echt schrecklich aus. Ich finde es cool. So, da sind wir doch. Machen wir mal ein schönes Selfie am Strand. So, ich mach das Selfie mal weg. Ich mach mal ein Foto von euch jetzt. Sieht ganz schön krass aus, ne? Ach, du Sche... Ja. Da war dein Tommy. Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm. So, jetzt aber Selfie-Teil. Tada! Das ist schon echt, ey. Da kommt der Domi. Du kleiner Chaot, du. Was machst du denn? Außerdem, ja, was... Was musst du überhaupt reden? Ey, du läufst hier in Straps rum schon seit Jahren. Domi, komm mal her. Wir machen mal ein Dominik-Selfie. Komm mal her, Domi. Das ist bestimmt sogar seit Jahren. Ja. Ich bin erstmal neben mich. Sind schon angeklebt. Ja, wirklich. Ekelhaft. Da hab ich lieber so einen ausgeranzten Katzenpulli an. Auf die andere Seite ist besser. Ich, der Katzenpulli ist bei dir ausgeranzt, mein Freund. Ey. Ey, Domi. Achso, das wäre ein cooles Selfie geworden. Ey, Domi, komm jetzt mal her. Genau im richtigen Moment. Guck in die Kamera. Ey, Erik, hör auf, den zu hauen. Mach ich doch nicht. Ich stehe hier hinter dir. Hallo. Ey, Domi, kannst du dich jetzt mal seitlich, genauso wie ich, gerichtet bin, neben mich stellen? Ja. Okay. Domi wird aggro. Echt? Ey, was? Domi ist so ein harter Hipster. Willst du mal in die Kamera gucken? Okay, thanks. So? Und er nicht neben E-Ridge. Der Charakter hat bestimmt herbeidig. Sehr schön. Alles klar. Die Hosenträger sind aber auch so krass Hipster einfach. Ja. Spawnt aber irgendwie kein neues U-Boot, ey. Boah, der ist natürlich doof. Ja, weil es halt da liegt einfach. Nee, normalerweise kamen hier immer mehrere. Wir sind hier nämlich schon mal zur fünfte mit U-Booten rumgefahren. So, auf drei machst du ein Foto, ja, Domi? Eins. Dann gehen wir es noch irgendwie da weg. Zwei. Foto. Ich kriege das jetzt einfach mal vom Felsen. Hat das funktioniert? Nee. Ich habe eins gemacht. Mal gucken. Ich glaube, das muss noch ein bisschen weiter raus vielleicht. Ähm, soll man das so machen, was so die Folgen dann immer schneiden? Also, Entschuldigung an die Zuschauer, aber, äh, weil wir hätten jetzt schon wieder 31 Minuten. Sollen wir dann lieber in einen durch aufnehmen? Können wir gern machen. Ja, okay. Super. Das ist halt jetzt nur eine Ausnahme und jetzt werde ich das hier. Da, guck mal, das geht nicht. Könnt ihr das sprengen oder so, irgendwas? Oh, sorry. Wir können uns nur runterdrehen. Oh, runterdrehen, ja, perfekt. Nochmal. Cool. Oh, jetzt ist es wieder oben. Oh, sorry. Jetzt ist es plötzlich wieder oben, Leute. Sorry. Warte, ich gehe mal, ich gehe mal kurz, ich gehe mal rein und kann gleichzeitig mal nach vorne, irgendwie. Ja, ich trete mal dagegen noch. Bist du denn da? Ja! An deinem versenkten U-Boot, Mann. Wir treten es wieder in... Ja, 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 ja. Ins Meer. So, ab damit, so. Okay, Domi, komm. Nimm deinen U-Boot wieder. Aber fahr damit mal noch weiter raus, damit vorne wieder eins spawnt. Man muss damit noch ein bisschen wegfahren, glaube ich. Ja, warte, der muss jetzt... Nimm das doch einer von euch ruhig. Dann nimm du das doch einfach. Ja, okay. Du bist doch gerade eh viel näher. Okay. Hier ist Musik im U-Boot, geil. Musik im U-Boot. 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 Musik im U-Boot.